Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tutorial. Dieses Tutorial geht über diese Wasserrolltreppe. Hier mit diesem Texturenpack sieht man auch nochmal richtig schön, wie das Wasser hier nach oben fließt und man nach oben getrieben wird. So, jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man das baut. Als erstes braucht man in seinem Inventory einmal Cleanstone, ein Schilder, Treppen und natürlich Wasser. Mehr ist es auch eigentlich gar nicht, das ist nämlich ziemlich simpel eigentlich. Aber man muss natürlich wissen, wie es geht. Also als erstes nimmt man den Cleanstone in die Hand und macht hier einen, also zwei breiten Gang aus Stein. Der ist vier lang. Ups, da bin ich wohl drauf gekommen. Eins, zwei, drei. So, beim vierten macht man jetzt hoch, ups, hoch und hoch. Und dann macht man noch einen weiter, hoch und hoch. So, dann nimmt man die Schilder, packt ein Schild hier hin an die vorderste Kante und hier an die vorderste Kante. Dann packt man noch, warte, kurz überlegen, hier noch eins an die vorderste Kante und hier. So, und dann nimmt man die Steintreppen und packt hier einen hin und hier. So, das war jetzt der erste Schritt. Die Steintreppen sind dafür da, dass man schneller um die Ecken slidet bei dem Wasser. Das kann ich kurz zeigen. Hier darüber, dass es schneller geht. Man will ja so schnell wie möglich nach oben kommen. Oder so schnell wie möglich Monster befördern. So, dann macht man das nochmal ein bisschen weiter. Hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. So. Wieder drei frei. Eins, zwei, drei. Hier kommt das hoch. So, dann nimmt man wieder Schilder und packt da einen hin und da einen hin. Dann nochmal abschließend die Steintreppen und setzt hier hin. Zu guter Letzt kommt jetzt noch das Wasser natürlich, das ist einer der wichtigsten Sachen. Ich glaube, ich habe hier einen Fehler gemacht, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Das werden wir gleich sehen. Wasser hier hin, hinter die beiden Schilder, nicht vor die beiden Schilder, das wäre ja dumm. So, dann wird man hier schon, sieht man die Treppen hoch. Und das zweite Sache kommt hinter die Treppen, äh, auf die Treppen, nicht hinter die Treppen. Das ist nämlich ein Fehler. Dann sieht man hier, nee, habe ich doch alles richtig gemacht, wird mal hochgetrieben. Und man kann hier zum Beispiel eine Treppe hinbauen zu seinem Haus. Das ist zum Beispiel jetzt eine kleine Rolltreppe. Also, die Grundfunktion habt ihr jetzt gesehen, das macht ihr einfach endlos weiter, wie ich hier. Und schon habt ihr einen kleinen Wassertransporter nach oben. Also, ich hoffe, ihr fandet das Video toll und könnt demnach auch bewerten und kommentieren. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt das ebenfalls in die Kommentare. Und falls ihr noch mehr Tutorials sehen wollt, abonniert mich einfach. So, das war's erstmal für heute und tschö. Also, das war's erstmalig. So, es geht, sch Alfred. So, es geht, schreibt das Wort.